Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 3 Part 10, schon mittlerweile. Wir sind jetzt hier im Keller, oder wir haben jetzt eher gesagt im Keller, jetzt aufgehört. Und wir sind jetzt in der Lehre, ein Assassine zu werden. Und, ja, ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal nach oben wieder. So, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen muss. Wahrscheinlich einfach mal raus. Oh, es ist jetzt schon wieder Winter. Naja, im letzten Part stand ja, dass es jetzt sechs Monate her ist. Und gehen wir mal zum alten Opa. Hallo? Okay. Guten Morgen. Hi. Wünsche ich dir auch. Ich dir nicht. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Sieht doch noch ganz schön gut aus eigentlich, das Haus. Ah, okay. Cool, jetzt sind wir wieder in Boston. Das erste Mal mit... Wie heißt der? Connor. Ich glaube, der ist Connor. Gut, dann machen wir das mal. Dieser Ort ist unglaublich. Überall rote Punkte. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Kann ich das jetzt nochmal schnell... ...synchronisieren? Ich hoffe mal. Komm schon. Nein. Nein. Komm, ich schaffe das noch. Nein. Nicht, dass ich jetzt die Mission jetzt nicht schaffe. Komm, gönn dir. So. Äh, der Tip, der steht ja auch anders jetzt als der Hazem. Wo muss ich denn jetzt hinspringen? Ah, da. Gut, dann haben wir das jetzt auch nochmal schnell geschafft. Jetzt gehen wir mal wieder zum alten Opa, ne? Ja, was geht bei dir? Schon mal sicher, dass ich jetzt aber eine Waffe nehmen, ne? Für wen? Sollte hätte ich doch hinterlassen. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Okay. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Ach so, jetzt habe ich schon... Jetzt habe ich schon leider den Namen verraten. Das tut mir jetzt leid. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Hach, habe ich jetzt schon gesagt. Das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Alles klar, aber davor müssen wir nochmal das hier synchronisieren. Also was heißt müssen, aber... Ich will das. Oder dort dauert ja auch nicht so lange. Woa, okay. Woa, okay. Du hast fast runtergefallen. So. Alles klar, müssen wir jetzt hin. Da. So. Hm. Scheiße. Niemand entwaffnet mich. Gott, diese Störung. Hey. Gott. Ich spring dir da hin. So, können wir interagieren. Eigentlich ja nicht, ne. Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am Statehouse. Gut. Ich sollte zurück zu Achilles. Wer sitzt im Parlament für Boston? Nö. Davor mache ich nochmal die Synchronisierung. Synchronisation. Entschuldigung. Ach du Scheiße. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ey, das ist mein Nut. So. Wieso ist denn der Untertitel da? Ja. Was machen die denn da? Kann ich dem nicht... Was machen die denn da? Ey Bruder, was geht's? Nö. Kommt mit zur Kingstreet. Wir zeigen's dem. Am Zollhaus ist was los. Kommt an. Wow. Der Pischer, das war mein Opa. Nicht Opa. Meister. Naja, eigentlich Lehrer. Pah, wie lange das denn dauert jetzt hier. Gut. Ein letztes Mal auseinander. Versammlungen dieser Natur sind verboten. Wir gehen nirgendwo hin, Bastard. Halt. Geht doch zurück nach England. Nichts Gutes entsteht aus euch im Chaos. Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen. Niemals. Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen. Ihr Feiglinge fürszieht mit Gewehren auf Unbewaffnete. Wir haben keine Angst. Pisa. Hane. Was ist das? Mein Vater. Der ist aber auch voll schwarz. Ja. Das heißt, es wird sicher Ärger geben. Also. Der Vater von Connor. Die Menge ist ein Pulverfass. Der darf die Lunte nicht zünden. Aber. Nichts aber. Tu, was ich sage und los. Okay. Was muss ich denn jetzt? Hey, Rotrock. Na komm. Benutzt das kleine Gewicht. Okay. Ach, folgen. Ich dachte, ich muss den jetzt umbringen. Ey, du Rudi. Was macht denn der da? Ist das jetzt mal wieder ein Bug oder was? Das finde ich eigentlich jetzt nicht gut. Wow. Chill dein Leben, Alter. Chill. Dein Leben. Hat sie gerade gedroht, mich zu verprügeln, oder was der Dulli? Was gibt euch so? Nix. Okay. Ich muss aufs Abstand halten. Wie? Dein Ernst? Schäm dich doch. Der gönnt sich, der Junge. Die gönnt sich alle hier. Komm, geh mal, du Dulli. So muss das. Höh. Höh. Ah, jetzt muss ich erst mal ein bisschen Abstand halten. Was war das denn gerade, bitte? Juri. Das ist weg. Was ist denn? Nachbar. Moin, du da. Was soll denn diese Aufruhrfeuer? Und hau'n los. Höh. Der gönnt... Oh. Hey, jetzt muss es aber gehen, Alter. Oh. 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 So, jetzt muss ich erst mal ein bisschen warten. So. What? Komm schon. Gut. BAM! So, ein Bücher. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Ihr Hunde! Feuer! So, ein Mongo. Äh. Ja. Ich wollte gerade eigentlich gar nicht auf den Baum, aber egal. Warum nicht? Wo, 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 was? Gönn dir. Jungs, Jungs. Vergangs euch. Ich hab nichts getan. Wo. Komm schon. Spring. Spring. Also, die können jetzt echt nicht schießen. Gönn dir. So. Nein! Warum? Ey, nicht cool, Digga, nicht cool. Komm, kater auf, Mann. Scheiße. Gönn durch. So. Nein, dein Ernst. Scheiß Mission. Ah, perfekt. Ich muss sofort zu Achilles. Ah, scheiße. Was? Ich hab nichts getan. Nein, das gibt's doch gar nicht. Danke. Ey, das gibt's doch jetzt echt nicht, ey. Junge, wie schnell du bist, Alter. Komm mal runter, Peter. Was? 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 Ey, was geht bei dem? Jungs! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ach, du sch... Nee, 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 nee. So nicht, nee, nee. So nicht. Ich muss sofort zu Achilles. Ey, yo! Was ist das? Hä? Alter. Alter. Alter! Was ist das, bitte? Danke. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ach, du Scheiße. Ihr wollt mich doch verarschen, jetzt mal ganz ehrlich. Wo ist denn jetzt meine Mission? Die sollen sich mal echt beruhigen. Das ist mir voller Ernst. Wow. Ah, das ist der Pisser. Hallo. Was ist denn mit der Lampe los? Habt ihr das gesehen? Alles kalt. Was kann ich denn jetzt tun? Fangen damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Okay. Ich kann nicht reden, solange noch Steckbriefe übrig sind. Boah, wie viele sind denn das? Achso, ich muss nur zwei machen. Dann ist ja gut. Schneller! Nein, was machst du denn da? So. Ey, was ist bei denen los, ey? Du bist voll aggressiv, Alter. Komm schon! Runter mit dir! Gut. Oh Gott. Na und jetzt? Nein, dein Ernst? Ihr habt mich nicht gesehen. Oh Mann. Die gönnt sich richtig. Komm schon. Oh. Ey, dein Ernst? Was? Ach du Scheiße. Ich fang gleich an zu heulen, hä? Das gibt's doch gar nicht. Wo sind die denn? Wo sehen die mich denn die ganze Zeit, ey? Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Nein, gönn dir. Jungs, chillt euer Leben, Alter. Dankeschön. Danke. Ohne Witz. Ja, und jetzt? Zu den... ...Mongos. Puh. Ah, Connor. Da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das... Ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite. Oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Ach. Wo gehen wir hin? Zum Drucker. Nicht auf Stufe 3 erhöhen. Okay. Nein, dein Ernst. Wow. Wow. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Nein. Besser, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Ja, Tunnel. Die drei Mauer hatten ein großes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eilow... Er sagt, er geht vor, aber ich muss vorrennen. Ja, okay. Verstanden. Geh bloß weg. Okay. Warum habe ich das jetzt nicht so mega schlaugert. Wo muss ich denn jetzt am besten dahin gehen? Da. Ist das hier nicht das Pub da, wo man mit Raven immer gechillt hat? Oh, Jungs, chillt doch mal, Alter. Super. Boah. Oh, okay. Ich bin zu spät. Da ist ein Kontrollpunkt. Komm mit. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Besser, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Die zwei Mauer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn die Dächer und die Dächer nicht nötig sind. Ah, okay. Zucker. Ich glaube, das ist echt hier dieses Pub da. Ey, wer steht bei euch? Du hast dir nichts verloren. Ich bin noch nicht hier. Weißt du, er geht einfach durch die Wachen. Hallo? Fallen lassen. Hallo? Was? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das soll jetzt nicht echt euer Ernst. Bam, bam. Oh, Hohanser. Was ab von ihm. Er ist nur ein Kind. Ja, das können wir. Anonym, super. Er hat nichts getan. Halt ihn in Ruhe. Ja, bringt doch was, wenn du mir das jetzt sagst. Oder den. Nein, nein. Nein. Ach, du Scheiße. Wie viel kommt denn da noch? Ich schaffte gleich die optionale Mission nicht mehr. Was ab von ihm. Er ist mein Kind. Was ab von ihm. Er ist mein Kind. Nein. Der Mungo wird hart. Okay, warte auf. So. Erstmal ein bisschen plündern. Okay. Ah, das ist gut. Optionale Mission auch geschafft. Okay, was passiert jetzt? Achso, der ist jetzt sofort reingegangen. Alles klar. So. Jetzt werde ich den Park wenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wie immer gesagt, sucht mal unseren Channel, wenn ihr wollt. Könnt ihr ein Abo hinterlassen, wenn wir euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss. 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 Tschüss.